Hi, ich bin Lisa, 26, aus Deutschland. Ich habe hier die letzten vier Nächte im X-Base Hostel in Airlie Beach verbracht, was sehr, sehr schön war, eine tolle Erfahrung. Wir wurden erst mal ganz lieb begrüßt, auch vom Personal hier an der Rezeption und gleich mal weiter geschaut. Hinter der Rezeption ist ein toller Bereich mit Küche, mit allem, was man braucht zum Kochen. Es gibt einen Chill-Out-Bereich mit Couch und Fernsehen. Ansonsten haben wir hier in einem Sechsbettzimmer, also ich persönlich, in einem Sechsbettzimmer geschlafen. Es gibt aber auch Achtbettzimmer und Vierbettzimmer. Die Vierbettzimmer haben sogar eine eigene kleine Küche mit Kühlschrank, mit Wasserkocher, einer kleinen Küchentheke sozusagen, wo man auch ein bisschen Essen zubereiten kann. Ansonsten richtig kochen kann man dann eben in der großen Küche oder sogar Barbecue machen, mit allem, was dazugehört, mit Grill. Ansonsten gibt es hier einen sehr, sehr schönen Pool. Es gibt Hängematten zum Relaxen. Es gibt eine wunderschöne Ringsum-Palm. Es gibt, die Zimmer sind sozusagen in kleinen Häusern untergebracht. Die haben auch einen Balkon, was sehr, sehr schön ist. Ja, ansonsten zum, was man noch sagen kann, es gibt eine kleine Waschküche, wo man dann auch Wäsche waschen kann. Das Nachtleben ist hier sehr, sehr schön. Man hat direkt vor der Haustür ganz, ganz viele Bars und Clubs, wo man dann auch schön feiern kann. Zu dem Hostel selber gehört auch eine Bar mit Pooltisch und, ja, wo man eben abends auch ordentlich tanzen kann. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Aktivitäten hier zu machen. Man kann mit einem Boot rausfahren, so eine Art Rafting auf dem Wasser, was sehr, sehr cool ist. Zu den Witsundays kann man fahren. Whitehaven Beach ist sehr, sehr schön, den haben wir uns angeschaut. Ansonsten kann man auch Skydiving machen und es gibt noch eine Menge anderer Aktivitäten, die man auch hier über das Hostel buchen kann. Ja, ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, dass es eine sehr, sehr schöne Zeit hier war und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr hier eure Zeit verbringt. Und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr hier seid.